Ja, ach, moin, was das hier ist? Ja, darum soll es nicht in diesem Video gehen, ich habe hier nur den Stecker gezogen, die Pflanzen sind rausgewandert, das Licht ist aus, verständlicherweise, Stecker ist ja raus. In diesem Video geht es um meine Challenge-Pflanzen, kleines Update, wie sehen die Pflanzen aus, ich erkläre ein bisschen was zu den Pflanzen, wir schauen uns den Steckling an, den ich von meiner aktuell größten Pflanze genommen hatte, und zu guter Letzt gehe ich auf ein paar Fragen ein, wen das Ganze interessiert, gerne dranbleiben. Ja, ein Blick in den Garten wirft viele Fragen auf, Fragen, den wir uns in diesem Video nicht stellen wollen, es ist schließlich ein Challenge-Pflanzen-Update und darum möchte ich auch mehr die Challenge-Pflanzen im Fokus haben, auch wenn ich ganz viele andere Dinge gerne zeigen würde. Gucken wir uns die Pflanze im 60-Liter-Kanister doch einmal an, die jetzt in den Folientunnel gewandert ist, von oben bis unten, sieht sie doch gar nicht so schlecht aus, die steht hier nochmal in so einem extra Kanister, wie auch immer man das nennen möchte, und ich habe dann oben nochmal so ein Schattierungsnetz drüber gehangen, da von drinnen nach draußen doch die Sonne ziemlich stark ist und sie sowieso schon mit den Temperaturschwankungen hier im Tunnel zu kämpfen haben wird. Von näherem betrachtet können wir ordentlich Blüten sehen und auch kleine Fruchtansätze. Früchte hat sie bisher nur drei Stück und die sehen schon richtig gut aus, die sollten auch ausgewachsen sein. Zwei hängen hier und dann eben noch ein Stück weiter oben, so sieht die aus, die Sugar Wash Peach Stripey ist das. Ich finde, das ist echt eine schöne Frucht. Von meiner größten Challenge-Pflanze gehen wir doch mal rüber zu meinem 130-Liter-Pot, der ebenfalls im Wohnzimmer stand. Das ist dieser hier mit dem kleinen Schild Nummer 1. Diese Pflanze ist auch wieder ordentlich neu ausgetrieben, nachdem ich sie eben zurückschneiden musste. Wer da nicht weiß, darf mir da gerne ein paar Fragen über Instagram stellen oder in den Kommentaren. Man kann hier noch die ganzen Schäden sehen, die dunklen Stellen und eben auch da, wo die Pflanze zurückgeschnitten wurde. Aber ich finde, sie treibt echt gut wieder neu aus. Ich bin gespannt, was sie eben noch schafft. Nein, das ist keine Challenge-Pflanze. Hier der nächste 130-Liter-Pott mit der Sugar Wash Peach Stripey Pflanze. Auch hier kann man noch die braunen Stellen sehen und komplett umwachsen mit Erbsen sind die beiden. Das ist hier der größte Pott, der fasst 220 Liter. Da muss ich echt mal ein paar Erbsen wegmachen oder kürzen. Man kann bei der Pflanze noch die älteren Blätter sehen, wenn wir hier mal ein paar Erbsenpflanzen zur Seite machen. Und an den Blättern kann man eben auch das Alter sehen und das, was die Pflanze schon mitmachen durfte. Und so langsam kann ich diese alten Blätter dann auch abmachen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie groß sie denn noch werden kann. Sie hat natürlich ordentlich Zeit verloren. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. Kleiner Schwung im Folientunnel zurück. Ja, das sind keine Chilis, das sind Sonnenblumen. Und ja, da sind auch Chilis drin. Aber erkennen kann man die eigentlich gar nicht. Da ist zum Beispiel eine Chili. Die Erbbeerpflanzen und das ganze andere Grün verdeckt das ein bisschen. Hier sieht man auch gar keine Chili auf den ersten Blick. Guck mal, da ist sie doch. Ja, es ist von mir halt auch ein Test, dass es dieses Jahr ordentlich eine Gründüngung mit in den Kübeln gibt. Auch besonders, damit das Ganze nachher blüht und mehr Bestäube anlockt. Gucken wir jetzt mal bei den 18 Liter Stofftöpfen weiter hier. Die Pflanzen mussten auch neu austreiben und sehen jetzt auch wirklich gut aus. Da sind sie auch ganz gut in der Zeit, auch wenn sie schon größer sein könnten und eigentlich in größeren Töpfen stehen sollten. Auch diese beiden Pflanzen hier kann man sehen. Ja, sie treiben auch neu aus nach ihrem Rückschnitt. Aber hübsch sind sie jetzt nicht unbedingt. Aber es geht noch weniger hübsch als das. Hier sieht man auch ordentlich die Pflanze. Die ist noch nicht so weit mit dem Neuaustrieb. Auch hier werde ich die Blätter dann bald abmachen, wenn der Neuaustrieb dann ein bisschen weiter ist. Blende gerne mal ein Bild ein, wie diese Pflanze mal aussah. Das ist doch wirklich traurig, oder nicht? Zur nächsten Pflanze. Es geht noch ein bisschen trauriger. Auch diese Pflanze gibt es auf Instagram zu sehen, immer mit als zweites nach der 60 Liter Pflanze. Das war mit die zweitgrößte Pflanze. Die hatte ich früher am Anfang schon ein bisschen beschnitten und war auch wirklich schön buschig gewachsen. Aber mal zurück in den Folientunnel und zwar steht hier eine Pflanze im 15 Liter Topf, die ja wirklich gar nicht mal schlecht aussieht, jetzt auch für die Zeit. Und das ist der Steckling, den ich eben im Februar genommen hatte von meiner 60 Liter Topf Challenge Pflanze. Und ich muss sagen, ja, sie ist hübsch, aber einige Blätter haben eben auch diese leicht braunen Ränder, was also am Ende braun und dann gelblich ins Blatt reingeht. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ob sie da dann doch noch irgendwie ihre Blätter nachher wieder verliert. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall gucken wir uns die dreimal im Vergleich an. Hier ganz rechts, die ich eben zurückschneiden musste. Man sieht an den Blättern, dass es neuere Blätter sind als die von Steckling und auch die ganz links. Der Neuaustrieb sieht wieder richtig gut aus. Die drei Pflanzen nehmen sich im Grunde nichts. Der Steckling ist ein Stück weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Man kann hier sehen, die Blätter sehen sehr gesund aus. Man kann auch sehen, wo ich diese Pflanze abgeschnitten hatte. Und ja, wie viel Potenzial sie dann doch gehabt hätte. Man sieht hier die ganzen Schäden. Aber an den frischen Blättern, Gott sei Dank, ist nichts zu sehen. Keine braunen Stellen. Die sieht wirklich gesund aus. Ja, wo ich mir dann doch ein paar Gedanken weniger machen muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Pflanzen sich entwickeln. Wie gesagt, die ganz links hier hat auch keine Blattschäden, keine braunen Stellen. Ja, so wie sie sich jetzt entwickelt haben, kann nur was draus werden. Mal nochmal im Vergleich hier die drei Pflanzen. Diese stehen in den 18 Liter Kunststofftöpfen. Ja, Kunststoff zu Stofftöpfe sind eindeutig die Chili-Welten-Töpfe besser, könnte man jetzt sagen. Aber es hat natürlich andere Faktoren. Diese drei waren eben in meinem Substratvergleich. Und ja, die haben sich nicht so schön wiederentwickelt. Man sieht hier eben, die brauchen noch ein bisschen länger. Das liegt aber auch daran, dass sie eben im Keller weiterhin standen und die anderen beiden Stofftöpfe, die standen im Wohnzimmer. Ja, das ist zwar keine Challenge-Pflanze, aber auch diese ist wieder hübsch ausgetrieben. Das ist, ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was das für eine Pflanze sein könnte hier. Man sieht hier eben auch, wo ich geschnitten hatte. Und wer errät das, was das für eine Pflanze ist. So, kleiner Rundumschwung. Wir gucken nochmal durch den Garten. Und jetzt möchte ich auf die Fragen eingehen, die für die Challenge-Teilnehmer, aber vielleicht auch für Interessenten der Challenge von Bedeutung sein könnten. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist diese Chili-Challenge? Ja, immer wieder bekomme ich diese Frage und werde sie bestimmt auch weiterhin bekommen. Die knapp 100 Teilnehmer der Chili-Challenge 2024 versuchen, mit unterschiedlichen Methoden und jeder mit seiner eigenen Sorte möglichst große Chili-Pflanzen heranzuziehen. Dabei teilen sie ihr Vorgehen auf den zahlreichen Social-Media-Plattformen mit dir und der Welt, um hauptsächlich Wissen im Bereich Chili-Anbau zu schaffen. Was ist entscheidend für den Sieg? Kurz und knapp die Größe der Pflanze. Wird berechnet Länge mal Breite mal Höhe. Wie sieht es mit anderen Kriterien für den Sieg aus? Andere Kriterien, wie zum Beispiel der Ertrag der Pflanze, spielen für den Sieg keine Rolle. Also geht es nur um die Größe? Eine Challenge ist ein Wettkampf und in einem Wettkampf möchte jeder Teilnehmer, dass faire sowie gleiche Voraussetzungen für alle geschaffen sind. Das ist in dieser Challenge aber nicht gegeben und damit ist auch der Sieg nicht das ursprüngliche Ziel. Ja, aber was ist denn das Ziel dieser Challenge? Ich wiederhole mich, das Ziel ist die größte Chili-Pflanze Deutschlands aufzuziehen. Jeder Teilnehmer mit seiner auserwählten Sorte, jeder Teilnehmer unter seinen eigenen Voraussetzungen, jeder Teilnehmer auf seine oder ihre eigene Art und Weise. Das eigentliche Ziel entsteht auf diesem Weg. Der Weg ist das Ziel, Learning by Doing eben. Jeder Teilnehmer lernt für sich und durch das Teilen mit der ganzen Welt lernt im Grunde jeder, der da zusieht und der daran interessiert ist, etwas zu lernen, ebenfalls etwas für seine eigene Anzucht. Wann endet diese Chili-Challenge 2024? Die Chili-Challenge 2024 endet am Ende des Jahres, sprich Ende Dezember ist diese Challenge vorbei. Und was ist, wenn die Pflanzen schon vorher eingehen, durch Frost oder Umknicken, Abbrechen geklaut werden? Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, seine Pflanzen von Anfang bis zum Ende zu begleiten. Und sollte die Pflanze schon vorher eingehen, auf egal welche Art und Weise, und davon gehe ich stark aus, so ist die Challenge für den Einzelnen und damit der Weg dieser Pflanze vorbei. Hat man dann diese Challenge verloren? Ganz klares Nein, das bedeutet nicht die Niederlage dieser Challenge. Es gibt kein Tag X, an dem gemessen wird, sondern die gesamte Zeitspanne, sprich von Anfang bis Ende der Dokumentation, wird für den Sieg berücksichtigt. Also wer seine Anzucht nicht aussagekräftig genug dokumentiert hat, kann trotz größter Pflanze verlieren? Ganz klares Ja, denn das Ziel ist, wie gesagt, nicht die größte Pflanze am Ende zu präsentieren, sondern Teil der Challenge ist eben die Aufgabe, seine Anzucht zu dokumentieren und auf einer beliebigen Plattform zu teilen. So, dass ein jeder das auch nachvollziehen kann, daraus etwas lernen kann und wenn er oder sie möchte, das auch genauso nachmachen kann. Es bringt also gar nichts, wenn man mir jetzt am Ende ein Bild präsentiert und sagt, hier, 5 Meter Pflanze, Digga, ich habe gewonnen, ich habe die dicksten Eier. Der hat das System dieser Challenge nicht verstanden. Ein jeder, der hier mitmacht und jeder, der hier zuschaut, soll von dieser Challenge profitieren und das geht natürlich nicht, wenn man einen Ego-Trip fährt und einfach am Ende meint, dass man der Sieger sei. Man möchte sich in dieser Challenge auch untereinander helfen. Guck mal hier, die Pflanze, wie die aussieht. Hier, ja, musst du auch mal hingucken hier. Ich zeige ja auch ein paar Sachen, ne? Aber mal, wo dabei die Fische? Um das vielleicht nochmal verständlich zu erklären. Wenn jetzt jemand im Februar gestartet hat mit seiner Anzucht und im August trifft die Pflanze der Blitz, obwohl die Pflanze 3,10 Meter erreicht hat, damit ist die Challenge nicht gelaufen, sondern die ganze Dokumentation wird angeguckt. Dann wird herausgefunden, ob das Plausibel ist, wenn das Plausibel erscheint, dann wird diese Größe 3,10 Meter eben bewertet. Und andere haben die Zeit danach einfach nur noch die Chance, diese Größe ebenfalls zu erreichen. Nicht mehr und nicht weniger. Wo kann man die Teilnehmer finden? Eine Liste aller Teilnehmer ist unter diesem Video sowie unter all meinen Challenge-Videos verlinkt. Gerne markiere ich auch, alle auf YouTube zu findenden Teilnehmer unter diesem Video. Es gibt Teilnehmer, die sind eben nur bei Instagram oder nur bei TikTok zu finden. Auch auf Facebook oder im HotPainForum sind Teilnehmer von uns vertreten. So, letzte Frage. Wie schätzt du deine Chance auf den Sieg ein? Ja, das Beste zum Schluss. Ich könnte jetzt natürlich antworten, es geht mir nicht um den Sieg. Und ich könnte mich als Heiligen hinstellen. Aber scheiß drauf, ich gewinne das Ding, alle anderen haben keine Chance. Und wenn du bis hierhin wirklich dabei geblieben bist, lass mir mal Hashtag Chili in den Kommentaren da. Ich bedanke mich dafür auf jeden Fall schon mal. Warum ich der Meinung bin, dass ich das Ding gewinne? Tja, es geht immerhin um den Größten. Egal, das war es mit dem Video. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich über einen Daumen. Viel mehr Wert hat allerdings dein Kommentar, deine Fragen. Ab in die Kommentare, bleib up to date. Und nicht vergessen, bei den Teilnehmern vorbeizuschauen. Ich sage erstmal auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.